Mein Name ist Michael Roos, ich bin Geschäftsführer der Firma RoosDental. Wir sind ein dentalmedizinischer Großhandel und betreiben sämtliche Produkte für den Zahnarzt und das Dentallabor. Gleichfalls haben wir eine große Reparaturwerkstatt, in der wir alle Geräte auch reparieren können. Das Geschäft wurde 1972 von meinem Vater gegründet. Erstmals war es nur ein dentalmedizinischer Großhandel, hinterher kam dann noch die Reparaturwerkstatt für alle medizinischen Geräte dazu. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Firma und bin für alle Vorgänge hier verantwortlich. Wir legen sehr viel Wert auf Service und auf zufriedene Kunden. Mit der Sage50 konnten wir viele Vorgänge vereinfachen und Prozesse optimieren. Was früher noch sehr aufwendig war, wird heute vollautomatisch abgearbeitet. Wenn ein Kunde anruft, haben wir direkten Zugriff auf alle Daten und können alle Vorgänge, die der Kunde mit uns bisher getätigt hat, direkt einsehen. Und können damit auch perfekt auf den Kunden eingehen. Die Mitarbeiter finden sich mit der Software sehr schnell zu Recht und finden immer wieder neue Features, die wir dann optimal einsetzen können. Besonders schön ist es, dass wir bei Fragen direkt mit dem Support Kontakt aufnehmen können und so schnell eine Lösung finden können. Die Sage Software setzen wir in sämtlichen Bereichen bei uns in der Firma ein. Egal ob es jetzt der Verkauf, die Reparatur oder auch die Buchhaltung ist. In allen Bereichen ist es die optimale Software für uns. Im Laufe der Zeit sind wir immer größer geworden. Wir haben unsere Produktionsstätten erweitert. Es sind Büros dazu gekommen. Und auch hierbei ist die Software mit uns mitgewachsen. Wir konnten die Software optimal auf diese neuen Anforderungen anpassen. Auch haben wir jetzt umfangreiche Möglichkeiten der Auswertung und können damit einzelne Bereiche bei großem Teil besser analysieren und optimieren. Dank der Sage50 verwenden wir jetzt nicht mehr so viel Zeit bei der Verwaltung, sondern können uns ganz auf unsere Kunden konzentrieren. Besonders gut finden wir, dass wir den Online-Shop der Knopfdruck einfach jederzeit optimieren können. Das erspart uns eine Menge Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.